Geek Talk, der europäische Tech-Podcast. Einen wunderschönen guten Morgen an diesem Montag, dem 1. Juni 2020. Ihr hört die Geek Talk Daily 827 und heute ist ja noch Feiertag. Die meisten werden von euch wahrscheinlich zu Hause sein und das Leben genießen. Der eine oder andere darf wahrscheinlich auch arbeiten. Mein Reiner gehört dazu. Und ja, ich würde sagen, wir stürzen uns dennoch gleich in die Themen. Monetarisierung, Autoresponsor, Xbox Series, XQNAP Plus Codes und Watchtogether. Zuallererst Instagram. Die Monetarisieren weiter. Instagram TV, der YouTube-Verschnitt von Instagram oder die Möglichkeit, länger Videos einzustellen auf Instagram, bekommt Möglichkeiten der Monetarisierung. Zum einen könnten Fans oder Follower eines Accounts sich Batches kaufen, also kleine Batches kaufen, die dann hervorgehoben werden. Das heisst, im Stream sieht man die dann besser und der Influencer kann dann auf die Personen besser eingehen. Auch soll Werbung dazwischen geschalten werden, bis zu 15 Sekunden vor Anfang, Mitte, irgendwo in da, wo es dann schlussendlich passt. Und da soll bei beiden Möglichkeiten der Creator beteiligt werden. Das Ganze wird aktuell in den Staaten getestet, soll aber im Testverlauf auch nach Deutschland ausgeweitet werden. Ich hoffe doch mal, sie vergessen die Schweiz nicht. Autoresponsor, das ist eine App, die eigentlich sehr praktisch ist, wenn man einen Autoresponsor absetzen möchte. Bei Mails kennt man das vielleicht schon länger. Die App gibt es aber auch für WhatsApp, für Facebook Messenger, für Instagram und mittlerweile auch für Telegram. Wenn ihr also zum Beispiel eine kleine Firma seid oder ein Nebengeschäft bedient und gerade mal ein bisschen Ruhe haben möchtet, Wochenende habt oder einfach Nacht oder sowas, könnt ihr in Zukunft da mit der App das Ganze bedienen. Kostet ein bisschen etwas einmalig, aber nachher habt ihr die Möglichkeit eben Daten da rauszuschicken. Oder besser Daten, mein Gott, Messages rauszuschicken. Ein Autoresponsor halt. Microsoft hat sich schon viele Freunde gemacht mit der Xbox in den letzten Jahren. Dadurch, dass sie stetig das System ausgebaut haben, dass sie Abwärtskompatibilität bieten, dass sie die ganzen Packages anbieten mit den Spielen und so weiter. Und jetzt kommt noch ein weiterer hinzu. Nämlich hat man nochmaliges bestätigt, dass die Vorgängerspiele, die auf den früheren Konsolen liefen, allesamt auch auf der Xbox Series X lauffähig sind und dass man ganz einfach zwischen den einzelnen Konsolen switchen kann. Das sollen anscheinend schon einige Microsoft oder Xbox-Mitarbeiter fleissig ausprobieren und es soll sehr, sehr sauber funktionieren. Klingt gut, ich freue mich auf den Herbst, würde ich doch mal sagen. Oder Weihnachten oder wenn es dann kommt. QNAP ist eine Kooperation eingegangen mit Microsoft. QNAP ist ein Netzwerkspeicher, Gadget-Hersteller, der sich eben jetzt, wie gesagt, mit Microsoft ins Bett gelegt hat, so dass man, wenn man gewisse Word, Excel oder was auch immer für Files aus dem Office-Universum auf dem NAS abgelegt hat, mit rechtem Mausklick jetzt direkt das Ganze online bearbeiten kann. Das hat den grossen Vorteil, dass man dann zuerst nicht mehr Details suchen muss und runterladen und öffnen etc. Das Ganze soll so deutlich schneller ablaufen. Werde ich nächstes Mal ausprobieren. Was ich auch ausprobieren werde, ist der Plus-Code von Google Maps. Der eine oder andere, der den Geek Talk, die News-Folge regelmässig hört, hat es vielleicht schon mal mitbekommen. Wir haben vor einigen Jahren, oder ja, doch schon, mittlerweile muss es in die Jahre sein, von W3W, Word, Three Words, so wie das Ganze heisst, gesprochen, wo jede Adresse auf dieser Welt mit drei Wörtern abgedeckt wurde oder wird. Und das Gleiche kopiert sich Google jetzt zusammen und macht das ein bisschen anders, aber ähnlich. Aufgrund von Längen und Breitenkoordinaten bilden sie eine kleine Adresse, die dann irgendwie, ja, keine Ahnung was, ein paar Buchstaben, Zahlen mit einem Plus dazwischen sind und eine Ortschaft oder eine Zahlenreihenfolge, Buchstabenreihenfolge. Mein Gott, reden soll man können. Wer mit Google Maps unterwegs ist, sieht das bei den Details, wo normalerweise die Adresse steht, die Telefonnummer, die URL etc. ist jetzt eben der sogenannte Plus-Code mittlerweile mit drin. Sollte zumindest gegen Ende dieser Woche dann auch bei euch gelandet sein. Wer mag, kann uns ja mal seine Koordinaten mitteilen oder was anderes, wenn er natürlich nicht seine eigenen Koordinaten verraten möchte, das ihm gerade beliebt. Social Media, Mail und wo auch immer ihr da möchtet. Zu guter Letzt haben wir noch was zum Zusammenmachen und das wäre doch gerade heute was für diejenigen, die frei haben und wieder mal einen Film geniessen möchten. Obwohl, das Wetter schaut ja toll aus, wie ich gesehen habe. Ja, der Dienstplex, um Filme, Musik, Serien etc. gesammeltem Netzwerk auf den grosse Mattscheibe zu bringen, der bietet ein neues Feature an. Man kann jetzt nämlich Watchtogether machen, also zusammen mit Freunden, Bekannten, Serien, Filme oder was auch immer konsumieren. Finde ich grundsätzlich eine spannende Idee. Spätestens wer schon dem Tatort Wahn verfallen ist, der kennt das, wie das ist mit dem gemeinsam etwas anschauen, wie früher, als noch alles geregelt ablief in diesem Internet. Ich entschuldige mich für diese zwei unschöne Zwischentöne. Ja, das war's für euch. Euch wünsche ich einen schönen und erfolgreichen Start in die Woche und wenn alles klappt, hören wir uns morgen wieder. Bis dann, euer Pogipsi. Tschüss. Hört mehr Geek Talk.